Dein Kätzchen wird in drei Phasen zur Katze heranwachsen. In Phase 1 wird sie schlafen, und zwar viel. Dann beginnt sie alles zu erkunden und hat Spaß. Das ist Phase 2. Auf diese Weise lernt sie das Katze sein. In Phase 3 wird sie stärker und beweglicher, entwickelt Mut und Neugierde. Katzen wachsen schnell und um erstaunliche 4000% von der Geburt bis zum Ausgewachsensein. Royal Canines phasenbezogene Kittennahrung deckt den genauen Nährstoffbedarf deines Kätzchens für eine optimale Gesundheit ab und bietet ihnen die ideale Grundlage für ein gesundes Leben.